Hallo, ich bin die Svenja, eine weitere Challengerin. Auch ich wollte mich euch jetzt mal vorstellen, was gibt es über mich zu sagen. Ich bin 25 Jahre alt, wohne und arbeite in Frankfurt. Ich arbeite als Marketingassistentin, das aber erst seit kurzem, weil ich vor circa vier Wochen auch erst mit meiner Ausbildung fertig geworden bin. Aufgrund der Ausbildungssituation habe ich die ganze Zeit in einer WG gewohnt, tue dies auch immer noch. Mein Zimmer ist recht klein, aber ich fühle mich hier pudelwohl und die Küche ist umso größer und darauf kommt es ja eigentlich auch an, vor allem jetzt bei der Challenge. Und ja, wie bin ich auf die Challenge aufmerksam geworden? Also seit circa einem Jahr lebe ich vegan, wobei man das so ja eigentlich gar nicht sagen kann. Also ich würde es eher so ausdrücken, dass der Veganisierungsprozess bei mir vor circa einem Jahr angefangen hat. Also von heute auf morgen kann man ja gar nicht alles umstellen, funktioniert ja nicht. Ich habe davor aber schon lange als Vegetarierin gelebt, habe mich dann irgendwann wieder intensiver mit der Ethik und den politischen Dingen der Massentierhaltung beschäftigt und daraufhin dann beschlossen, eben komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Und ich denke, dass der Verzicht auf tierische Produkte mir daher jetzt auch nicht die nächsten 30 Tage schwer fallen wird, weil ich es ja eigentlich gewohnt bin. In meiner Freizeit mache ich auch ganz viel Sport. Naja, ganz viel ist vielleicht etwas übertrieben. Also ich versuche mich so zweimal die Woche aufzuhaffen, mindestens meine Sachen zu packen und loszugehen. Das bedeutet, dass ich derzeit noch eifrig am Squashen bin, auch vieles für den Muskelaufbau tue. Aber was mich so ein bisschen ärgert, ist, dass ich trotz der ganzen Ernährungsumstellung und des Sports noch keinen Gramm abgenommen habe. Also auf der Waage hat sich bei mir noch gar nichts getan. Und deswegen bin ich umso gespannter, was die nächsten 30 Tage, was die Challenge aus mir machen wird. Und heute starte ich noch nicht. Ich wollte mich jetzt einfach erstmal nur vorstellen. Morgen werde ich dann losziehen, werde alle Einkäufe erledigen und am Dienstag geht es dann für mich los mit dem ersten Tag. Ja, die Challenge wollte ich unbedingt machen. Trotzdem habe ich jetzt irgendwie ein bisschen Bammel davor, aber nach nur einem Tag fühle ich mich in der Gruppe jetzt schon so wohl und so gut aufgehoben, dass ich denke, dass bei allen Schwierigkeiten, Zweifeln, Problemen und Fragen, die da kommen werden bei euch ja an der richtigen Stelle bin, dass ihr mir mit Rat und Tat zur Seite steht und dass ich auf euch zählen kann. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns mindestens ab Dienstag jetzt jeden Tag und ich freue mich auf die Challenge. Bis dann. Tschüss.